Das Nichts. Am Anfang war das Nichts und war wirklich nicht da. Es bestand aus allem, was es nicht war. Bis eines Tages, den es nicht gab, eines des Nichts zu etwas erstarb. Eines des Nichts zu etwas, das fehlt. Es hat sich als eigenes Verlorenes erzählt und ist am Ende, so wird vermutet, aus Sehnsucht nach sich zu Leben erblutet. Text Friedhelm Kendler